Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Heute machen wir eine Fahrrad-Fuhr nach Bad, wo wir auch gestern waren. Schauen uns ein bisschen die Stadt an und danach gehen wir noch irgendwo Kaffee, also nicht Kaffee, sondern halt auch Kaffee trinken und Kuchen essen. Und dann ziehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir in Bad angekommen und sind gleich im Zentrum schon. Und hier ist auch so eine riesengroße Kirche, wie in Streisund. Und jetzt suchen wir gerade noch einen Eingang. Da ist er. Und dann würde ich sagen, dann ziehen wir uns gleich wieder. Hallo, diese Kirche ist evangelisch und die ist Ende des 13. Jahrhunderts, ist die fertig. Und die ist so groß und die ist dann eine Renovierung. Und ja. Hallo. Ich bin in die Kuche. Die Kirche hier ist richtig toll. Und die ist auch richtig breit. Weil die ist richtig, richtig lang hier. Und ich muss auch eigentlich sagen, dass die jetzt auch nicht steht. Also natürlich, man tut sie ja auch nicht immer mal renovieren. Aber dass die jetzt nicht mehr steht, das finde ich richtig krass. So, jetzt sind wir am Hafen angekommen. Da hinten stehen auch schon ganz viele Boote. Dann gehen wir noch gleich auf den Marktplatz hier. Und sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir wieder zu Hause in der Ferienwohnung. Und die Eltern und von uns beiden, die Eltern, gehen jetzt gerade noch in das Café. Aber wir haben keine Lust, in das Café reinzusitzen. Und jetzt spielen wir noch irgendwas oder schauen irgendwas an. Und dann machen wir uns nachher wieder.